hallo und willkommen zurück zu dota 2 wir spielen heute wieder gegen echte gegner diesmal hoffentlich mit ein paar leuten an unserer seite die nicht gleich nach den ersten fünf minuten das spiel verlassen ich spiel wieder usa und line spielt wieder lina ja natürlich wie angekündigt lina das finde ich eigentlich ganz ganz süß so gut und ich habe gefragt wir beide zusammen bod gehen dürfen dass wir irgendwie mal zusammenspielen fragst sogar nett hat sie haben sogar gemacht guck mal das musst du noch mal dahin klicken dass du dort gibt mir ist schön aber auch nicht alle oder da ist doch noch jemand unten drunter unter dir ja nein du machst du machst du machst uns gleich beliebt ich merke es schon zu gett ist nein anscheinend macht man das wirklich so war ja verstehe ich nicht aber ist egal ja wahrscheinlich hat er recht also aber ich habe halt keine ahnung hast du irgendwas um dich zu heilen passiv nebenbei usa no item fängt ja gut an ne ich bin weg ich bin weg ich bin weg das war nett von dir 30 seconden zu battle hast du den kurier vergessen ja oh man ey hast du den mitgenommen wenn du den kaufst musst du erst aktivieren und dann spawnt er halt erst und ich habe noch im inventar gehabt okay soll ich jetzt einfach mal anfangen zu channeln oder ist das ist eine dumme idee keine ahnung kannst du dich irgendwie passiv heilen oh jetzt habe ich jemand anderen die passiv heilen ja siehst du dass ich gehe jetzt einfach mal in den wald ich glaube wir sollen dir helfen damit du also irgendwo ich weiß nicht wo die sporen wahrscheinlich hier zum beispiel ja ja die sparen da helfe ich dir einfach mal ich kann nämlich die gegner dann aber du sollst du sollst du sollst lanes machen ja mache ich gleich ich helfe nur am anfang ja dann geht danach hoch zu ihm aber top und wenn einer jungelt dann muss eine eine alleine sein und unten haben wir jetzt einen melee charakter die kann ich nicht alleine lassen soll der schlange zum respawn mensch wie die gebäude der da ja wurden verstärkt werden unsere gebäude verstärkt gerade keine ahnung es ist ja total witzlos aber hier übrigens da ist weil ich bin dingens respawn sieht auf der map ja 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 da fahren nach unten aber da ich hier bei mir doch auch nur scheint scheint nicht auch mal nach unten ja aber da sind sie doch schon dann respond die ist einfach früher als die anderen okay also das funktioniert so wahrscheinlich nicht warum so schwierig gegangen was guckt meinen chat aber zwei pass gegangen blauer die mitte machen sollte wahrscheinlich das war aber nicht der der biste der mir versucht hat gerade zu helfen oder so wird das nix sorry also jungle versuch nein ist das mache ich erst wenn ich mir dann klar angeguckt hat das hat kein wert so das dachte ich mir auch deswegen musst du jetzt top lane wahrscheinlich mitmachen weil hier unten sind wir schon jetzt von zu zweit ja das war ein schwachsinn dass ich da jetzt oben bin nicht total uns für euch alle hier gar keine gar keine punkte und nix wo brennt denn da jetzt rum mit seinen konnektivitätsschwierigkeiten äh keine ahnung das blau der gegner moment das blaue ist der gegner entschuldigung also ich würde gerne mal so ein richtig faires match haben auch vielleicht sind die hier schwächer schwächer sind es auf jeden fall das kann ich mal bestätigen aber aber nicht 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 schwächer als jetzt habe ich auch sehen zwei manapots kann was natürlich quatsch also irgendwie einfach nochmal neu anfangen wieso das ist irgendwie irgendwie mache ich nur scheiß heute du schaffst das scheiß zu machen ja das tue ich da hast du recht er hat mich sogar das ist übernacht und bekommen und er hat überlebt krass muss ich mal einen guten job schreiben ja hätte ich gar nicht gedacht warum ist er jetzt hier weg das finde ich nicht cool achst du den mal putt ein level abgekriegt mein erstes ihr seid wahrscheinlich alle schon level 3 ja ich bin fast level 4 ja weil ich einfach die ganze zeit im jungle hin und her gerannt bin ohne überhaupt zu wissen was ich da eigentlich treibe gerade deswegen ist unerfahren da rein zu gehen halte ich auch für quatsch es war einfach eine dumme idee ich gebe es zu ich habe diese roshan idee gelesen ich habe mich irgendwie interessiert aber hätte ich mir vorher angucken müssen dass wir erst eigentlich lesen ist schrieb mir ja jemand unter ein ein video das man lieber heimlich üben sollte als das online zu schreiben das könnt ihr alle ja eben ich finde es viel witziger so ok 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 weg 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 so kaufen könnte ich auch mal was die neue sehr schön ich bin noch mit last hinten beschäftigt ich kann noch nicht hinein immer weg das ist so bitter als wenn ich level 2 und alle anderen sind schon level 4 oder level 5 ja das hole ich doch im leben denn mehr auf muss sich irgendwo in die nähe der minions stellen dass wenn die sterben du was kriegst ich muss hier kurz shoppen jetzt der einzige vorteil dass ich hier tankt bin das gm ist noch nicht möglich ok der gegen jetzt spielen wir gegen vier Ah, ben! Ben doch weg, ich hasse so schwach zu sein. Das lief gerade besser, sagst du? Ich gehe. Guck, sie haben alle schon ihre Ulti und ich bin Level 3. Ich hab keine Ulti. Ja, der mit mir auf der Lane, das habt du einer schon. Ich hab keine Ulti. was macht er denn jetzt in jungle der jetzt? ja man macht das immer mal so nebenbei in jungle gehen ok doch bei lol eher einen festen junglau oder? ja 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 schon so im kopf ich hab kein mana, ist das schrecklich so ich mach mal zum secret shop ok ich hol langsam auf ich bin level 4 und mein gegner ist auch, ist level 5 ist niemand mehr mit? wahrscheinlich die strukturen sind fortified ähm ich wollte einen energy busse glaube ich ja genau perfekt schnell das hilft schon viel lauf ähm was wollte ich als nächstes bauen? ähm ähm oh das sieht ganz gut aus ganz hilfreich wie sind gerade alle gegner weg ne? ja ich weiß nicht ob die keine lust mehr haben weil nur noch ah hier unten ist jemand auch ich weiß nicht das ist ja okay ich tänke das mal nicht weg so sieht es aus 07 das läuft auch diesmal so zumindest für euch da oben irgendwie ich stehe auf 1 0 der chef 1 0 0 0 so viele null kann da gar nicht so viele mit 50 ich habe jetzt meine ulti herzlichen glückwunsch jawohl okay dann ist es wieder auch nur drei gegner also jetzt haben sie mal auf der anderen seite von der folgen runde jetzt müssen wir es aber dann auch machen jetzt wir jetzt ablosen ist mir dann peinlich also kurz meinem phobar vorhin also wenn man einen verliert dann hat man noch chancen aber bei zwei kannst du es ja echt vergessen oder so ziemlich ja so ein gegner das ist nicht schlecht obwohl ich habe meine ruhe okay der ist gefühlt ja der der kaffee 0 stand der 26 0 steht irgendwie auch schon abwickelt oder sowas okay so lange ist auf unserer seite passiert sage ich gar nichts dagegen trotzdem irgendwie so ein schönes spiel dann weil die stimmte es macht nicht so viel ist es nicht so viel spannung dabei irgendwie jetzt ist der dritte raus jetzt können sie es wirklich vergessen das ist schade ich würde schon gerne mal ehrlich gewinnen sehr schön das ist nicht cool der ist bisschen viel stark ich würde stehen bleiben dankeschön jetzt verstehe ich es nie was habe ich denn jetzt gekauft wo sind meine tausend gold hin die sind wahrscheinlich im kurier er trägt noch was mit sich rum hast du einen freund booster gekauft ja aber der fliegt gerade mit dem kurier durch die gegend was ich habe den grad in meiner base gekauft und er ist im kurier gelandet ja der kurie war aber mitten auf dem ich verstehe es nicht mir auch egal okay nein doch der war nicht mehr in der nede secret shop und da müsste man sein um den point booster zu kaufen verstehe ich nicht verstehe ich nicht oh unser slug wurde getötet das ist ziemlich uncool es hat auch nicht gekauft oh jetzt ist nur noch einer gegen uns oh das aber da ist unser slug gestorben ne muss man ja mal so sagen jetzt sterft einer nach dem anderen so und jetzt brechen wir einfach mal alle in der mitte rein ne ich glaube danach sieht es aus ja läuft läuft nicht alle sind spannend warum sterbe ich dann ausgerechnet du bist ja noch gestorben ich bin auch echt die schlechteste von uns gerade er hat sich aber nicht ausgesucht nicht behaupten ich habe auch einfach kein oder das aufgegeben ja wir stellen gar keine gegner mehr auch interessant er hat es dann nicht automatisch auf also scheint nicht siehst du ja wie blöd ist das denn also bei lol ist es doch so wenn leute also wenn es wenn man auf gibt gibt man auf oder ja aber hier nicht hier wird bis zu ende gespielt also wenn man spannung sehen will soll man einfach zu mir rüber wechseln weil ich bin zu schlecht das heißt sogar wenn ich gar keine gegner habe schaffe ich es noch zu sterben das ist doch das ganze noch eingehen wenn du gestorben bist das oh du kriegst ja keinen schaden mehr ist denn der ulti das ja hört aber gleich wieder auf naja hier muss ich jetzt mal weg sonst sterbe ich nämlich nochmal lasst mich durch nein muss jetzt verstehen warum es jetzt zu ende war weil die hatten doch noch nicht alles getötet oder? na egal ja ähm battle pass results wieso krieg ich jetzt battle pass results hä? hä? how tipping works 0 von 1000 tip a player hä? continue krass ich hab grad irgendeine komische anzeige bekommen ja ich auch ich weiß auch nicht was das soll hast du vielleicht irgendwas anderes ausgewählt als ein normales spiel? ne eigentlich nicht ähm aber hast du gesehen dass der viper sogar in der gruppe mit einem war und einfach gar nicht mitgespielt hat? wie? echt? ja das siehst du am endbildschirm die gruppen immer wenn ich jetzt weiter drücke? ja nach dem battle pass genau das ist wie eine normale sache und dann siehst du dass der in der gruppe war ich vermute mal bei seinem computer ist irgendwas schief gelaufen weil gar nicht mitspielen ist halt schon kacke ja ja ne der wird ab level 4 irgendwie ein problem gehabt haben ne ich glaube nicht dass er überhaupt level 4 gekommen ist der wird bloß irgendwie rumgeschickt worden sein um level 4 zu kommen oder so da hat er halt der hat nicht mal gestorben hm das ist bitter aber meine xp pro minute war diesmal nicht so gut keine 500 wie vorhin ja also bei mir war es ja extrem dürftig weil ich ja erstmal am anfang einfach in den jungle gerannt bin ohne ahnung zu haben ja ja also aber ich werde ich verspreche das jetzt hier mal feierlich ich werde das nächste mal auch wieder ursa spielen werde aber mal meine hausaufgaben machen was jungle angeht also ja oder halt am anfang nicht junglen also bei lol habe ich auch lange lange zeit einfach nicht gejungelt einfach auf der angeblich ist ja junglen sowieso die königsdisziplin hm hm hat mal jemand bei mir bei lol auf jeden fall nicht bei der anderen weiß ich es nicht ich guck's mir auf jeden fall mal an wie man das macht ja ich hoffe ihr hattet trotzdem spaß obwohl es so extrem lame bei irgendwie beziehungsweise bei mir war es ja eigentlich gar nicht lame ich bin ja trotzdem die ganze zeit gestorben ähm ja aber nächstes mal wird es einfach wieder ein bisschen spannender und die leute gehen nicht raus weder auf unserer seite noch auf deren der gegner seite es ist irgendwie es ist irgendwie hatten wir glaube ich jetzt im geirten dota spiel einen der rausgegangen ist oder ja also sowohl bei den bot spielen als auch bei den normalen spieler spielen scheinbar ja also und ich dachte bei lol ist es mit livern schlimm ne ne scheinbar nicht also bei dota wird es es mindestens genauso schlimm so wie ich das sehe ok ja ist bisschen schade dann würde ich aber sagen bis zum nächsten mal und da läuft es besser ja würde ich auch sagen bis dahin tschau o oh ja ihr